Was ist das Gebäude für die Arbeit? Man spürt beim Reinkommen immer, dass der dritte Partner, den man hat, und das ist das Gebäude, bei der Arbeit eine ganz wichtige Bedeutung hat. Und das strahlt natürlich sofort aus auf das ganze Arbeitsklima, auf die Aura, die hier herrscht. Und die ist, glaube ich, sehr angenehm. Übrigens fahre ich jetzt zu den Beethoven-App-Machern und sage, ja, Sinalis, ja, ja, ja. Der Oberbürgermeister hat seiner Wirtschaftsförderung den Auftrag erteilt, er möchte gerne die wichtigsten Bonner Firmen besuchen im Laufe seiner sechsjährigen Amtszeit. Und sie gehören zweifelsfrei dazu. Deswegen bin ich heute hier. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017